Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Heute geht's wieder rein in die Energie des Tages und wir schauen, was ist unsere Tagesenergie? Wir haben die Lilien! Wundervoll! Ja, es geht also um die Thematik Leidenschaft, es geht auch um die Thematik Fülle, absolute Fülle im Leben. Ja, erleben und auch beleben wir, ja, dass du spürst, was dir wirklich wichtig ist und somit kannst du auch ganz klar für dich generieren, wo deine Leidenschaft liegt, was ist deine Passion, aber auch, wer kann dich dabei unterstützen? Und da gucken wir mal in den Fluss des Tages. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Tatkraft, die sich dir neu öffnet und da zeigt sich auch deine Schöpferkraft wieder, dein empathisches Glück, deine Art und Weise der Verbindung, wie du sie schon lange nicht mehr erlebt hast. Und das ist natürlich etwas, was dich jetzt, ja, nicht nur freuen wird, sondern wo du auch spürst, es ist Zeit, nicht nur für Veränderung, sondern für die Annahme deines, ja, deiner Fülle, deiner Freude und somit auch natürlich der Glückseligkeit und des Glückes. Wir sehen nämlich, in der Schöpferkraft liegt deine Tatkraft und in der Tatkraft wird das Glück gespiegelt, was für dich natürlich ein absoluter Mehrwert ist. Wir haben heute Drachenreiter mit dabei und die Phönixkarten, beide von der lieben Christine Arana Fader, Entschuldigung. Ja, und da siehst du einfach, dass der lange Weg, den du jetzt gegangen bist, dass er sich gelohnt hat. Er hat sich gelohnt, weil du über dich hinauswächst. Ja, du setzt jetzt deine Flügel neu, du siehst jetzt auch ganz klar den Mehrwert dahinter von den Dingen, die geschehen sind. Und wenn du jetzt mal das silberne Kleid anschaust, geht es ganz klar um die Thematik von alten Verletzungen, die noch da sind. Das silberne Kleid ist nämlich der Glanz und trotzdem haben wir so ein bisschen die Wertlosigkeit da noch mit dabei liegen. Darauf folgt aber das goldene Kleid, was dann auch schon zeigt, hey, du wirst an deiner Selbstliebe arbeiten und vor allem heute wirst du dann auch wieder bemerken können, dass Menschen reden können, was sie wollen und Hauptsache du weißt, wer du bist. Dass das ein ganz, ganz wichtiger Impuls für dich ist und dass du auch für dich ein klares Statement setzen kannst, wer du bist. Also, dass du weißt, wer du bist. Daraus entsteht nämlich die Fülle deines Lebens. Und wenn die Fülle deines Lebens, ja, gelebt wird, dann kannst du auch ganz klar suggestieren, was deine Ziele sind. Du siehst hier, die Nacht wird zum Tag und der Tag wird zur Nacht. Die Balance findet dich also wieder und du kannst dadurch natürlich einen wichtigen Impuls bekommen. Und da haben wir den Kürbis noch, es steht also für die Ernte, es steht für deine Märchenhaftigkeit, für deine Fantasie. Wie kannst du jetzt für dich vorankommen? Und dieses Vorankommen ist enorm wichtig, gerade auch im Bereich deiner Emotionen, denn da lag in der Vergangenheit sehr viel, nennen wir es mal Diskrepanz, ja. Und schau mal, wir haben gleich als erste Karte den Joker Nummer 1 mit der Transformation im Feuer. Und durch das Feuer gehen, neu entstehen, ja, gerade in den Phönixkarten, bedeutet ja Reinigung, es bedeutet Heilung, es bedeutet neue Energie, die aufgebaut wird und das siehst du hier auch, ja. Du siehst die Heilung, wie sie ein neues Kapitel in deinem Leben öffnet. Du siehst aber auch, wie die Fülle, die übrigens hier sich ganz klar kreuzt, eine neue Vitalität in dein Leben bringt. Vielleicht hast du die letzten zwei, ein, zwei Wochen sehr gezweifelt, überlegt, ist dieser Weg überhaupt das Richtige? Soll ich nicht vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Ist es überhaupt meine Plattform? Ist es meine Branche? Ist es mein Projekt? Dass du einfach jetzt wieder durchatmest und erkennst, ja, aber auch ich darf natürlich jetzt darin wachsen. Auch ich darf jetzt verstehen, warum das alles so gekommen ist, wie es eben gekommen war. Und dann ändert sich auch was im Leben. Dann bist du nämlich diese Transformation der Reinigung gegangen, ja, dass diese letzten Mangel- und Zweifelgedanken einfach aufgeräumt werden und durch das Aufräumen du einen ganz großen Mehrwert für dich gestaltest, nämlich den Mehrwert von Fülle. Und das soll ja heute dein Hauptthema sein. Somit kommt auch Verständnis in diese Thematik hinein. Wir haben Venus und Diom Chenain. Sehr, sehr schöne Karte. Die Schönheit der Liebe liegt in ihrer Wahrheit und in ihrer Wildheit. Sei ein bisschen wild und gehe mit deinem Drachen auf Reisen. Also wild sein bedeutet nämlich, dein neues Ich zu erkennen. Dein neues Ich erkennen ist nämlich nichts anderes, wie anzunehmen, wer du bist. Und da merkst du hier heute natürlich noch so diese zwei Welten. Du zweifelst noch ein bisschen an der Veränderung, aber das ist normal, weil alles, was jetzt kommt, wird dir unbekannt sein. Aber du hast es schon im Gefühl, dass hier, ja, hier ist das Gefühl, hier ist der Flow in den Fischen. Du weißt ganz genau, Fülle wird auf dich zukommen, Reichtum in jeglicher Form, wie er vorhanden ist auf dieser Welt, wird auf dich zukommen. Und vor allem in der Liebe kommt so eine Loyalität auf dich zu, dass du gar nicht anders kannst, wie jetzt nur du selbst sein, wild sein und diesen Weg der Liebe zu gehen. Den Weg der Liebe zu gehen bedeutet nämlich auch, zu sagen, ich bin was Wundervolles und genau das hat dir gefehlt. Entweder war der Selbstwert nicht genug oben oder die Resonanz ist noch nicht bei dir angekommen gewesen. Hier aber ein wundervolles Feld von Vereinigung und auch von Lösung. Gehen wir in die zweite Phönixkarte. Da haben wir die Traumverwirklichung. Und das ist doch ohne Zweifel genau das, was sich die Menschen wünschen, was du dir wünschst, was ich mir wünsche. Und heute kann es wahr werden für dich, ja. Deswegen hier auch die Ernte. Wir haben hier die Herzlichkeit dabei. Also es stammt auch alles aus der tiefsten Energie der Liebe. Es kann jetzt sich dein Wunsch erfüllen. Dein Wunsch geht jetzt in Erfüllung, weil du bereit bist, auch deinen Wunsch zu äußern. Die Traumverwirklichung bedeutet nämlich nicht nur, dass jetzt Segen auf den Ebenen Erfolg, Stärke, Liebe, Fülle, Geldfluss und Gesundheit kommt, sondern dass sich das Ganze auch festigt und hier dieses neue Kapitel schreibt, dass sie drei Möglichkeiten vielleicht mal aufzeigt. Für dich drei Möglichkeiten. Was soll denn mein neues Kapitel sein? Damit du auch lernst, dich hineinzufühlen in das, was du am Ende haben möchtest, das aus Denken handeln wird und das aus Misserfolg Erfolg wird. Das ist etwas, was du jetzt für dich aneignen darfst und was dir unglaublich guttun wird. Aurora und Maxiallou. Deine wahre Kraft ist das Licht deiner eigenen Magie. Erinnere dich, du bist ein machtvolles, magisches Wesen. Erinnere dich, du bist ein machtvolles, magisches Wesen. Es ist schon stark, deine Stärke zu finden. Ja, also das steht außer Frage. Was aber enorm stark ist, ist heute die Verbundenheit, die du damit auch aufbauen kannst. Dass du dich auch darin wohlfühlst. Dass du ein klares Signal setzt, dass das ein Teil von dir ist. Denn auch wenn vieles in den letzten Tagen auch auf dich zukam, hast du genau das nicht tun können. Es als Anteil von dir wahrnehmen und auch schätzen zu lernen. Und deswegen wird Liebe heute auch allgegenwärtig sein bei dir. Schauen wir mal in die 1, wenn du dich jetzt hier gerade für entschieden hast. Da haben wir die Liebe nochmal unterstützend. Also die Liebe wird allgegenwärtig sein, weil sie heute hochschwingend ist. Und dir auch sehr viel Liebe in Resonanz geschickt wird. Was nichts anderes bedeutet, wie es wird sich jetzt darauf vorbereitet, dein Leben in die Fülle der Sicherheit auch zu bringen. Und wer sich für die 2 entschieden hat, der hat heute diese Tatkraft ganz stark bei sich. Ganz starken Drang, Dinge zu verändern. Ganz stark den Drang auch jetzt, Veränderung einzuleuten und anzunehmen. Ganz gleich, wie schwer es ist. Denn Veränderung bringt dich deinen Träumen nahe. Und genau darum soll es dir gehen. Wenn du die Veränderung mit uns gehen möchtest oder dich spirituell ausbilden lassen möchtest, dann schau unten in die Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du deinen Like, Kommentar und dein Abo dalässt. Und schreibe auch gerne mal in die Kommentare, wie es dir geht. Denn vielleicht bringe ich es dann morgen auch mit ins Orakel. Ja, aktiviere die Glocke nicht vergessen. Bis bald.